Das internationale Springer-Meeting kehrt nach langer Pause nach Cottbus zurück. Der 25. Januar wird ein Stelldichein der weltweiten Elite im Hoch- und Stabhochsprung. Ganz vorne wieder mit dabei die Hallenweltmeisterin, Vize-Weltmeisterin und Europameisterin Jaroslava Mahutschik aus der Ukraine. Dass Top-Athletinnen wie sie nach Cottbus kommen, freut vor allem den Direktor des Springer-Meetings Ulrich Hobeck. Seine kleine Hoffnung ist, dass auch in Cottbus neue Rekorde aufgestellt werden. Ich freue mich zu Beginn der Hallensaison, dass man schon Höhen erreicht, die auch aufmerksam machen in der Welt auf Cottbus und auf diese Sportart-Leichtathletik. Und ich glaube ganz sicher, da werden wir nicht umsonst Hoffnung haben. Ich bin mehr als sicher, dass der Rekord im Hochschwung der Frauen von 2,02 Meter fallen wird. Und dass der Rekord im Stabhoch von 5,92 Meter auch wackeln wird. Wer also neue Rekorde in den Disziplinen sehen möchte, hat besser schon Karten. Denn wer noch einen Platz bei der begehrten Veranstaltung ergattern möchte, muss schnell sein. Restkarten gibt es beim Ticketservice der CMT in der Cottbusser Stadthalle. Karten gibt es beim Ticketservice der CMT in der Cottbusser Stadthalle. Und wenn ihr das Schrauben Siehst, dann habt ihr den Tag, wackeln zu fahren.